Sie hieß Christine, Brotschmetter Maul, beschrieben viele Rufe aus Kontrollen. Bis sie sie sah in meinem Arm, wir waren zuvor, ihr habt ihr habt, und alle kommen es mal an den Lachen vor Ort. Wenn ich denn hier so glatt, ich kann, aber wenn ich nicht in der Luft, wenn ich nicht in der Luft, ich weiß nicht, Und dort versuchte ich mir die Klinz, höchstens die Klappe. Sie war so schön und herz, so sein, so fein, und nur der Beste sein. Sie war so schnell, sein Essen geht, so schön und herz, so sein. Sie war so schön, so scheißen Sie, so groß, so groß, so fein, sie war so schön und herz, so weit. Und ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste.